So, wir müssen noch einen Feind aufzehren, das erste legendäre 60er Item, was sehr schön ist, das ist jetzt bei 86%, ok, es hat 7% dazubekommen, ok, dann wird es da 10 Stufen geben, also hier sind jetzt 8 Etappe, dann wird es da, wenn wir die 3 gemacht haben, Etappe 9 geben und dann noch eine 10, das schätze ich. Dann machen wir direkt die hier, wenn wir schon hier sind, ich hoffe, wir kriegen das hin, ich meine, wir haben gerade einige verloren, brauchen erstmal ein paar hohe. So, jetzt sind wir im 50er Bereich, jetzt sind wir in dem Bereich, wo es dann wirklich nur noch um 50er Typen geht. 58 58 55 58 55 55 56 Let's go. So, dürfen wir nicht verlieren, müssen siegreich sein. 55 56 55 56 57 57 58 59 59 59 59 50 59 55 Das Werk hat schon genug Probleme. Da kriegt ich Müllwitz aufs Maul. Jetzt bist du schon drin. Der Drar wird immer noch erwischt, von was denn, Alter? Wollen wir dadurch schaden? Ja, oder? Scheint so, aber langsam, ja. Ich will keine Feuerbälle drauffeuern wegen meinem Typen. So, ich fliege nochmal zu den anderen. Sehr schön. Das läuft doch schon mal gut. So, nächste Bälle kommt. Oh, legendär ist der. Ist mein Drache weg? Ich will dich töten. Äh, das ist nicht gut. Scheiße. Wo ist jetzt der Typ, der mich eben noch gekämpft hat, der legendär? Hast du ihn jetzt getötet? Ja oder nein? Oh, der unaufhaltsame. Gut. Hau mal raus, was du hast. Wer hat's nicht? Das ist gut. Was passiert da hinten mit? Ah, lol. Hölle. Helmgeschosse. Komm' ab hier. Nein, Alter, wie schnell ging das denn jetzt? Scheiße. 49 durch hat es aber nicht schluss 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 wir müssen erstmal hier in höhe gewinnen 20 b krall ein bisschen jetzt darf ich erst mal wieder 4 kennenlernen habe ich das gefühl hurra der poet hat es nicht bis wir sind jetzt gar keine hat jetzt auch nicht habe ich gerade so im hintergrund gesehen ja 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 das ja 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 zwei sind gebrochen das klappt gar gut wir wollen uns jetzt hier noch drei also insgesamt drei heran verteidigen den platz hoffentlich lang wie möglich so gut wie möglich am besten schaffen sie es sogar wo habe ich den letzten karo sehr gut und zwar low level aber besser als nix ist es auf jeden fall ich klinge ja noch mal ein paar levels dazu wie ich mich fast eingenommen ich will jetzt nicht verlieren einer ist gebrochen sind durch tödlich gebunden das war eben der gebrochene der tote sehr gut dieser beschusssichter würde das meine typen jetzt hier mal hinkriegen würden die 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 Jetzt kenn ich schon, Zuppe! Kenn ich schon, Zuppe! Der Rest geht vom Platz verbreitet! Ah, ist er zuhörn, fuck. Keine Ahnung, was die anderen hier gerade können, die noch dazukamen. Jetzt werden wir schon mal einen was kennen. Nice! Das ist legendär. Das ist ein älgeres Alter. Wir brauchen jetzt hier Leute zum Kämpfen. Und bei 59 und legendär und entflammt schon mal was extrem gutes. Wie gesagt, ich werde den Platz hier nicht verlieren. Oh, fuck! Schaffe ich nicht, oder? Schaffe ich nicht da oben. Fuck! Hab ich gar nicht mitbekommen, Mann! Gar nicht mitbekommen. Schaffe ich nicht. Kann ich nicht mehr auf dem Zeil 我en runterlegen. Ich habe nicht mehr auf dem Zeil. Schaffe ich nicht mehr auf dem und frein. Um, ich werde jetzt nicht wegnehmen. Es kam zu, ich werde das nicht wegnehmen. Ich werde das nicht wegnehmen. Ich werde nicht gehen damit. nein ich würde sagen ich habe mich letztens schon keine chance und wir holen sie uns zurück was du hast es nicht gut aber du bist nicht um fernkampfen ist ein weiss schädel das ist gut ja jetzt aber punkten verloren sondern umgekämpft 45 borger die klage da unverbluten auch gar nicht in der zwei mann dann ja ich folge dem hellen du wirst nicht die typen da unten aber ich habe schon angeguckt sie aufpassen der baumeister tötet den eine höhere position bekommen zwei stück sind es noch fast verloren immer noch was mit dem typen jetzt der gerade was tot war da muss der 54er 10 eben noch benommen war soo fertig? fertig, nice geht doch ging eigentlich noch, wir hatten noch zwei punkte am ende einer war zwar übelst knapp aber hey maximale stufe, ja geil ein legendäres item haben wir sogar bekommen wo wir zwei legendäre verschont haben oder einen wir haben die maximale stufe erreicht ja gut zwei drei drei fähigkeitspunkte fehlen uns noch einen bekommen wir noch wenn wir die anderen zwei feststellungen jetzt so verteidigen da ich denke dass es dann nochmal eine stufe gibt gehen wir nochmal ein dann würde uns einer fehlen die können wir uns holen über die anderen mission gute items 60 ist das höchste da kommen wir jetzt so langsam aber sicher gut hin 56 was neues lingen wäre es nice jetzt haben wir sind hier gerade für eine stufe drin 57er da unten ok 59 54 54 54 ist mir da so viele marken jetzt wollen wir noch ein paar steine sammeln fehlen auch noch ein bisschen was zwei sind noch gesperrt wegen den fähigkeiten oh irgendwas haben wir schon fertig hier für den hauptmann der einen flammenwaffe führt trifft wir einen festknall anfeind mit einem schnellen wurf führer entscheidung beim bogenschützen aus drei mal die aufzehrung und beherrschung von feinen steht 100 prozent mehr gesundheit wieder her das ist schick die karte sich jetzt aber das beim eis zuerst schief 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 ολ schief schief charlie morgens so so hier haben wir noch ein paar hohe typen das ist sehr gut Devolv-Metal wann gibt es sowas denn hier wollen in meiner festung wenn damals überall doch nicht mehr so viele woher habe ich dann gerade 57 auf einer base gesehen die sind alle habe es auf eine 58 jahre lassen so 54 51 50 jetzt gucken 57 ist gut 55 ist gut 53 ist gut um den rest zu lassen dann starten wir ich hoffe das klappt hätten höhere holen können so 55 aufwärts mich sogar 59 und so zur welt stufe 60 sind aber ich denke das gehen wir auch so hin wenn wir wieder safe spielen und die geben man eigentlich sogar besser also waren mehr mit höherem 50er level 50 50 50 50 50 Was ist der Kalken jetzt gestorben? 1, der von meinem eigenen Posten darf Ja, aber Egal, kommt Brauch, bist du wieder tot? ja Was? wut was? ziehe zurück Mein Leben als Diener, als Diener. Niemand kommt dir zu nah. Mit Schnapssaum! Merkt dir sein Gesicht? Das Gesicht eines Mörders, der dich umbringen wird. Na Mist, gut. Oh, er verfolgt mich. A wird eingenommen, hä? Kann das denn sein? Da hinten stehen noch zwei. Oha, okay. Na gut. Ich will dich in dir lupfen! Schon wieder ein Vegetärer. Halt, hinter mir waren welche. Na gut. Was ist denn da hin? Oh! Was hab ich denn getroffen? Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. episch, weiß. Nehmt. 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 Oh, okay. Dann ist er doch schon weg. Gut. Ist auch gut. Jetzt kommen wir schon die nächsten. So der ist weg Ich muss den auch noch kurz Wegen der ist der Oh hier kommen gerade ein paar neue Was gut Ja Ja Das ist doch der einzige, der D verteidigt. Worte sind bedeutungslos. Du solltest nicht fürchten, was ich sage, sondern das, was ich dir antue und wie langsam ich dich töten werde. Okay, ja, aber darauf warten, weil ich habe hier unten gerade... Fliegt nicht! So entgeht euch nur das Bissen! Der ist ja auch, wo habe ich die legendäre hier schon vorgenommen. Die ganze Ausrüstung hätte ich zwar gerne, aber hey. Gut, einer noch. Verbluten aber gerade zwei wegen den anderen Typen. Da oben beim 54er Stück kommt er ein. Junge! Einfach mal kurz reinstechen. Mega behinder. Ja, kann mich mal ganz kurz einer. Das vergesse ich nie, heller Herrscher. Wenn man ein paar hochkommt, äh, hier, D, weil ich meine, das ist das einzige, wo wir noch Leute brauchen gerade. Ja. 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 Ja.